Hallo, McLena, der Junge. Trinken wir einen zusammen. Danke. Oh, der habe ich bekannt machen, Oberst Mullingen. Leutnant Tamara ja gelovst vom GSD. GSD? Da müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, sehr erfreut. Na, Oberst, warum denn so ruppig? Die Dame hat Ihnen ja nichts getan. Aber Ihr Verein. Doch, glauben Sie, ich besauf mich ohne Grund? Zehn Jahre bin ich bei der Startbasenüberwachung. Treu und brav, haben mich abgerackert und geschunden. Ja, ich will nicht undankbar sein. Vor drei Jahren, da haben Sie mich zum Chef von dem Laden gemacht. Ja, und? Und? Abgesägt hat man mich. Ohne Grund. Knall auf Fall. Was wäre? Vor zwei Stunden habe ich die Mitteilung bekommen. Sicherheitsmaßnahme des GSD. Ab sofort übernimmt der GSD die Überwachung der Startbasen für Großkampfschiffe. Kann ich gar nicht sagen, wie sauer ich bin.